Die schöne Silvia macht die Typen verrückt, vor allem Pedro und Robert. Das aber auch noch ausgerechnet sie die besten Chancen beim Casting für Grease hat. Rivalitäten morgen in Dance um 10 nach 2 bei Vox. Nach nur einem Spot geht's weiter. Bleiben Sie dran. Ich sehne mich nach dir. Snowflower von Lenore. Endlich. Du erweckst meine Sinne. Mein neues Snowflower von Lenore. Ich fühl mich wohl in Lenore. Nicolas Cage. Penelope Cruz. Ich liebe dich. Du durftest mich gar nicht lieben. Corellis Mandoline am 1. Advent. Notwendie am 1. Advent. Auf Wiedersehen. Bei ihm muss ich die Sicht auch.